Na komm, du großer Vogel, ich hab keine Angst vor dir. Na komm. Na komm, du Monster. Boah, du bist ein fettes Vieh, ey. Alter. Bist du ein fettes Monster, ey. Was bist du denn für einer? Ein Rotbilder oder was? Ey, guck mal den fettigen Vogel an, Mama. Ich passe schon auf mich auf, dass er mich nicht angreift. Ich musste gerade mein Spiel wieder abbrechen. Da sind die Krähen weggeflogen, schade, weil ich mich jetzt bei dem Rotbilder abgelenkt hatte. Ja, kann passieren. Ich muss gucken, wo der ist. Das ist aber auch groß, ey. Der Herbst vorbestimmt wieder Langeweile, der Vogel. Ach ja, es ist sehr windig draußen. Komplett vergessen. Boah, da, da bist du, ich wusste genau, äh, wo ist der? Oh, ho, ho, ho. Hier ist es nicht leicht aufzunehmen. Wir sind die Krähe weggeflogen, schade. Nur weil ich mich jetzt bei den Rotbildern da abgelenkt hatte. Aber auch hekel, da war auch erstmal wichtig. muss ich jetzt! Und hier war ja, wo das Theater ist,